Diskutieren über den neu gestalteten Kreisverkehr in Großkoschen. Die Ortsteilbudgets und viele fleißige Helfer haben ihn ermöglicht. Und so konnte ein Schandfleck aus dem Senftenberger Ortsteil verschwinden. Wir haben uns schon sehr lange über den Zustand des Kreisverkehrs geärgert. Der ist in einem baulich guten Zustand gewesen, aber der Pflegezustand war nicht so doll. Und wir wissen alle, wie das ist. Wir wollten nicht nur eine einfache Ersetzung der Pflanzen, sondern wir wollten wirklich eine schöne Gestaltung des Kreisverkehrs. Und zwar von Anfang an wichtig, dass es eine Identität mit dem Ort hat. Deshalb hat der Kreisel seine Gestaltung gefunden. Viele Steine, viele Pflanzen und viele Botschaften. Es sind mehrere. Der Findling in der Mitte ist ganz bewusst ausgesucht worden. Der erinnert an den Tagebau und an die Vergangenheit von Großkoschen. Und im Luftbild sieht man das besser. Wir haben die Sage der blauen Blume vom Koschenberg. Die blaue Blume vom Koschenberg. Eine Sage, die dem gegenüberliegenden Brunnen ihren Namen gab. Dort auch nachzulesen ist, aber kaum einer kennt sie noch. Es gab einen Schäfer, der hat mit seiner Schafferde eine blaue Blume gefunden. Eine zauberhafte und eine magische blaue Blume. Und mit der blauen Blume konnte er den Koschenberg öffnen. Da ist ein Schatz zu finden. Und weil er aber so gierig war und den Schatz nehmen wollte, hat er die blaue Blume vergessen. Und der Koschenberg hat sich wieder geschlossen. Und somit ist der Schatz immer noch im Koschenberg. Der Koschenberg und sein Gestein. Auch er findet sich ganz bewusst im Kreisel wieder. Auch wenn es viel diskutiert wird, haben wir bewusst so viele Steine ausgewählt, weil die natürlich auch zum Ort dazugehören. Der Steinbruch gehört genauso zur Geschichte des Ortes dazu. Knapp 14.000 Euro hatten die Großkoschener aus dem Ortsteilbudget der Jahre 2022 und 2023 zur Verfügung. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Nur durch die Unterstützung von Firmen, Gewerbetreibenden und mit vielen Helfern konnte das Projekt gewuppt werden. Doch etwas fehlt noch. Wir wollen in der Mitte noch das Ortsteilwappen anbringen. Das ist momentan noch nicht geschehen. Da arbeiten wir noch an der Lösung, wie das am besten passieren kann. Und die Farben sind blau, weiß und gelb. Und die finden sich natürlich auch in den Pflanzen wieder, die oben sind. Aber das Ergebnis werden wir hoffentlich im Frühjahr sehen. Allerdings, erst der Blick von oben zeigt das kleine Kunstwerk, das hier entstanden ist. Und erst im nächsten Jahr, wenn die Blumen blühen, seine volle Schönheit. Aber die nächste Stüpfvisite in Großkoschen lohnt sich schon eher. In Großkoschen wird immer gefeiert. Als nächstes zum Beispiel am 30. Oktober feiert die Feuerwehr in Großkoschen ein Halloweenfest mit Kindern, mit Stockbrot und Feuer. Und da sind alle Großkoschener, Kleinkoschener, Senfenberger und auch alle aus anderen Ortsteilen herzlich willkommen.